Ich produziere ja Geld für die Kunden, wenn man das mal so sagen darf. Ich kümmere mich ja um die Fördergelder, weil das so alles gibt. Und dieses Auto kriegt zum Beispiel von unserer netten Ramona 8 Mille, wenn man den in Berlin zulässt. Weil das Gesamtgewicht über 2,25 Tonnen gibt der Senat die doppelte Prämie wie bei einem Elektroauto. Weil in der Stadt möchte man möglichst viele haben, die elektrisch ihre Sachen transportieren. Und für 45 Brutto oder 46 finde ich das ein tolles Gerät. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute mal aus dem sonnigen Lichtenberg, wo ich hier gerade bei Dinebier bin. Und hier schauen wir uns mal den Street Scooter an. Und diesmal in der langen Version, letztes Mal hatten wir den ja schon mal gesehen, da war etwas kürzer. Hier ist er jetzt ein bisschen länger gefahren, sind wir auch schon. Fährt sich wirklich sehr gut, wie ein Transporter so üblich ist. Und er hat eine Menge Platz und riesen Lademöglichkeiten mit den großen Klappen, die er hier hat. Macht jetzt gerade ein bisschen Krach, aber das ist halt so üblich. Ist ein nagelneues Auto, gerade ein paar Kilometer gefahren. Und einfach ein super geiles Auto. Und einfach zu bedienen, man muss hier einfach nur mal drauf tippen. Dann entriegelt er und man kann den Deckel hochfahren lassen. Müssen wir schnell genug weggehen. Der Wagen fährt sich ja wie ein ganz normaler Transporter eigentlich. Ja, also so. Ja, fährt sich ja so leicht. Also randlich und ich sag mal, er ist ein bisschen rappelig. Aber er kann auch nach allen, der jetzt nicht beladen ist. Wenn ich jetzt so einen, ich sag mal, so einen Transit oder was ohne Beladen fahre und fahre immer solche Bodenlöcher oder Schwachlöcher, der knallt auch, weil er einfach über das Loch hoppelt. Ja, dann wird es leicht. Und wenn er beladen ist, dann geht er ein bisschen in die Knie. Aber die Ladung ist ja auch nicht das Hauptthema bei diesem Auto. Sondern dass dieser Paketdienst oder wer auch immer privat irgendwo durch die Stadt fährt mit tausend Haltepunkten. Er hält dauernd an. Er muss nicht starten, nicht ausschalten. Er muss nichts machen. Er hat keine Tonnen zu tragen. Sonst müsste er ja einen Gabelstapler dabei haben oder was auch immer. So, anhalten. Oh, es riecht nicht. Ach ja, dann ignoriere ich ihn auch, wenn er nur auf dem Bürgerschaft steht, sag ich mal. Der Nachbar in der Füße geht vorbei. Es stinkt nicht, es qualmt nicht. Schön, würde ich sagen. Ach ja, elektrisch. Komm, du hast auch deinen Job. Aber wenn er dann losfährt und dann macht er Qualmbaute hinten raus, weil er seinen Turbo kaputt hat. Als älterer Polen, aus Polen importiert der Sprinter, was auch immer. Der Turbo kaputt ist ja sehr häufig. Dann gehst du kaputt in der Stadt. Und dann ist doch das Thema. Das ist für mich der erste Grund, mich darum zu kümmern. Emissionsfrei in der Stadt unterwegs. Und danach kommt die Produktion von dem ganzen CO2. Wir merken das ja gerade. Wir fahren hier, was ich, 20 Meter von Ampel zur Ampel und die nächste Ampel ist immer rot. KD, der Fachmann für die E-Mobilität in Berlin. Das sieht man uns. Und darüber hinaus natürlich. Ja, wir sitzen jetzt hier gerade im langen Street Scooter Work L mit dem langen Aufbau. Was ist dein Hauptaufgabengebiet? Meine Ambition ist, mein Hobby zu Beruf zu machen. Das habe ich vor 30 Jahren gemacht. Ich beschäftige mich jetzt aber nicht mehr mit dem reinen Verkauf von Autos, sondern jetzt, wo die Dieselgeschichte so ein bisschen die Stimmung gedrückt hat im Autobereich, im Autohandel. Da habe ich gesagt, okay, wissen Sie sich der Zukunft, Technologie, die ja dann auch langsam, aber sicher mehr werden wird. Und CO2-Quote ist ja das langfristige Ziel, von daher kann man sich ja entspannt. Ich beschäftige mich also hauptsächlich, oder suche Kunden, die sich beraten möchten, lassen über E-Mobilität, ob sie denn überhaupt fahren können, wie es geht, wenn überhaupt, wenn sie nicht schon von vornherein gebächt sind, weil alles sehr schlecht ist und so, wissen wir ja. Im Moment ist es hauptsächlich das Thema, also nehmen wir alle mal ein bisschen Bekanntmachung, dass die Verkäufer mich dann zu sich bitten oder zum Kunden, in den Fällen, wo sie sagen, ja die Förderung hier, das ist uns alles viel zu kompliziert, der Kunde hat auch nicht die Zeit dafür, das zu machen. Wir haben dich hier empfohlen, ich habe da einen Dienstleistungsvertrag, was kostet so und so viel. Dann mache ich die Förderungen für die Kunden in Berlin, gibt es ja neben der normalen Wafa, oder diesem Umweltbonus, der hälftig vom Hersteller, hälftig von der Wafa ausgesagt wird, gibt es ja diese Velmo genannt, Wirtschaftselektrische Förderung Berlin, Wirtschaftselektromobilität Berlin, vom Senat ein Programm für Gewerbekunden. So, wenn ich in Berlin ein Gewerbe habe, ob ich Taxifahrer bin, das ist ein falsches Beispiel, weil der fährt ja mit dem Auto, bin normaler Steuerberater, fahre mit meinem E-Niro oder will damit zum Dienst fahren und zurück, dann kriege ich da von dem Senat 4.000 Euro, sprich genauso viel wie dieser Umweltbonus zusammen ausmacht, weil der Senat sagt, wir wollen das fördern, dass die, die in der Stadt unterwegs sind, vermeintlich ein bisschen mehr als die reine Pendler, dass die elektrisch fahren. Oder Plug-in, gibt es auch diese drei Mille, jeweils die gleiche Summe wie der Umweltbonus in Summe. Und das wissen wenige, manche Verkäufer haben davon gehört, sagen, machen wir aber nicht, Beantragung, nee, haben wir keine Zeit für, ist auch verständlich. Bürokraten, ich habe einen Bekannten, einen guten Bekannten, der ist beim BMWi, also Bundesministerium, und dem haben wir die Anträge, also im Rahmen der Vorbereitung, dass die Checkt hat, hat er gesagt, was ist das für ein Antrag? So was kennen wir nicht, so viele Seiten, was ist das denn? Ja. Dann sehen wir mal, warum das Land nicht vorankommt. Also die Bundesgeschichten sind viel einheitlicher, viel kürzer, so eine Seite, und hier sind es zehn. Und da sagt er, was wollen die wissen, Transparenz, Datenbank? Das Wort habe ich noch nie gehört vorher. Aber gut, der Kunde, der jetzt ein größerer ist und ein Office hat mit zig Sekretärinnen, die kriegen das natürlich auch alleine hin, die sind das Senior Job. Aber der normale Handwerker oder wer auch immer sagt, ja, mein Job kommt zu, Prämie gibt es, was nehmen Sie dafür? Auch Vertrag wunderbar. Und ich nehme nur Geld, wenn die Prämie fließt, nicht wenn es aus Gründen XY, Haushalt ist alle oder oder oder, das Auto kocht nicht, ist untergegangen, explodiert, keine Ahnung. Wenn der Kunde keine Förderprämie bekommt, stelle ich keine Rechnung. In jedem Fall gibt es selten, aber mag ja mal sein. Der Kunde muss also nicht denken, er muss mich bezahlen, alle Leute bezahlen, kriegt nichts. Nein, er kriegt dann, er kriegt seine, meiner Rechnung kann er von der Förderprämie bezahlen. Und ganz entspannt. Das heißt, der Kunde, der jetzt ein Interesse hat, ein Auto gewerblich zu kaufen, wann muss der sich bei dir melden, dass er denn die Prämie überhaupt kriegt? Ja, Idealfall wäre spätestens, wenn er schon soweit ist, durch Verkaufsberatung oder oder oder, wenn er das Auto gekauft hat, das Beste wäre, er hätte noch nicht unterschrieben. So wäre, so ist die Richtlinie. Aber natürlich wäre es auch gut, wenn er, und das wäre jetzt mein zweiter Part, wenn er schon mit dem Interesse eines Elektroautos sich an mich wendet, bevor er jetzt schon soweit ist und die Kauftat hat, ist er ja schon weit, wenn er beim Verkäufer am Tisch sitzt. Dann sollte er nicht die Unterschrift leisten, obwohl der Verkäufer natürlich die Unterschrift haben will, er muss ja seine Quote erfüllen. Aber der Verkäufer weiß ja auch, okay, Datum ist Schall und Rauch, schauen wir mal. Er sollte nicht bestellt haben, er sollte ein Angebot definitiv haben, dann idealerweise uns beauftragen, über den Verkäufer, wie auch immer. Und dann machen wir den Antrag, die Antrageingabe, das dauert manchmal nur mit zusammen sammeln der Unterlagen, manchmal nur zwei Tage, drei Tage. Und sobald wir dann HRB und so weiter haben, sobald der Antrag eingegeben ist, kommt die Meldung von der IBB, also die IBB in Berlin macht das für den Senat, zum Glück, sonst würde es ja auch ewig dauern. Wenn der Antrag eingegangen ist, gibt es eine Bestätigung, der Antrag wurde eingereicht. Ob der dann schon komplett ist oder fehlerhaft, was meistens der Fall ist, zwei kleine Fehler habe ich zu Anfang auch nie gemacht, kein Thema. Danach, glaube ich, bestellen, gibt es extra eine Klausel, entgegen der Richtlinie XY, darf man da mit dem Kauf beginnen, wenn er einfach eingereicht wurde. Die Nachforderung kann ich auch während des Kaufs bearbeiten. Und wenn er jetzt ein paar Wochen vorher in die Kauf hat, dann hat er gesagt, oh, da gibt es eine Prämie, habe ich gehört, ja. Dann muss man halt eine Stornierung machen, auf dem kleinen Dienstweg, kriegen wir hin. Also egal wann, ich rede auch, aber nach Zulassung geht es nicht mehr. Wie schnell ist das denn, dass man eine Bestätigung kriegt, dass man den Antrag hingeschickt hat? Also schickt man den per E-Mail oder schickt man den? Alles online, es gibt kein Papier bei der ganzen Geschichte, kein einziges Blatt. Ich zippe ein und wenn ich jetzt fünf Felder habe, wo ich noch nicht weiß, ich habe kein HRB, ich habe nichts, aber der Kunde droht mit, er muss bestellen, sonst läuft er weg, dann mache ich Blankoblätter rein, schickt er einfach weg, dann gibt es die Eingangsbestätigung. Dann kann er in dem Moment unterschreiben gehen, am besten Tag später. Dann reiche ich die Sachen halt eine Woche später ein, wenn der Kunde mit dir gebracht hat. Wer arbeitet erst nach zwei Monaten? Das heißt, du hast ja sowieso nicht gleich die ganzen Daten, du musst ja auch erstmal warten, was er der Händler vor Daten gibt. Ich mache aber normalerweise die Einreichung, wenn ich sie habe. Das dauert idealerweise höchstens eine Woche oder manchmal nur drei Tage. Ich brauche ja für einen HRB-Auszug, kriege ich online heute. Zehn Minuten. Nicht auf die Post, warten, den anderen Ruf, sofort. Der Kunde, ich sage, der Kunde hat dann gesagt, okay, Auszug, fünf Jahre alt, neu holen. An einem Tag erledigt. Die Senfin, die Erklärung für die Transparenz-Datenbank in Berlin, die dauert zwei Tage. Mittlerweile kenne ich mich ja auch, wenn ich eine Mail schreibe. Es bedarf halt dieses Auftrags für mich, womit ich auch dann diese Daten mir einholen kann. Das sagen die, ja, ich bin, sie können ja, oder E-Mail-Test-Bahn, sie können ja viele Daten verlangen, aber sie kriegen ja Passwörter zugänge. Dürfen sie das überhaupt? Das haben sie recht, ein Auftrag wäre nicht schlecht. Also mein Dienstleister ist auf, dass ich den Behörden, wo ich was von brauche. Das ist nicht so viel, aber dann geht das. Also es sind nur zwei, drei Tage, wenn man es mal weiß. Nur wenn natürlich einer in Urlaub ist und sagt, ja, ich habe keinen HRB und bin auch im Urlaub in der Kalibik und ich habe auch keinen Sekretärin, dann kann ich nichts wegstehen. Dann nehme ich einen alten HRB in den zwei Monaten, bis die Wafa das anpackt, äh, die Wellmo, die brauchen zwei Monate bis drei. Bis ich erst mal anpacken, dann sind halt ein paar Fehler drin, die reiche ich dann aber erst nach. Ich kann dazwischen nicht in den Antrag ein, der ist zu, wenn er abgereichtigt muss, bis in den Nachforderungen kommt. Dann haben sie die fünf Dinge und dann nach zwei Stunden haben sie ihre Fehler korrigiert, dann kommt eine Mail, Nachforderung wurde eingereicht, bestätigt. Und wenn es dann okay ist, dann kommt ein paar Tage später der Zuwendungsbescheid an die Kunden, der kommt dem Papier an den Kunden. Ein einzig Papier, was kommt, die schicken den nicht per Mail, sondern die schicken den per Post. Der Kunde schickt ihn dann hier per Mail und dann sage ich, okay, ich überwache hier auch, dann geht es ja weiter. Das Auto wird irgendwann kommen, wird er zugelassen und es gibt ja auch noch eine Haltedauer. Man muss ja die Haltedauer einhalten für die Wellmo, also für die Wirtschaftsförderung. Das ist ja keine Zulassungsprämie wie der Umweltbonus, sondern man muss das ja als Wirtschaftsförderung eines Unternehmens sehen. Und eine Förderung mache ich ja nicht, wenn ich eine Auto gekauft habe, gucke ich mal, ob ich auch Geld kriege. Nein, das machen Unternehmen, ob ich jetzt einen Zuschuss für eine Mitarbeiter, die mir fördern lassen will, Lohnzuschuss. Oder bei der IBB macht 100.000 Förderprogramme. Wie lange ist jetzt die Haltedauer? Ein Jahr. Ein Jahr. Sehr human, ohne Fahrtenbuchnachweis. Ich könnte ja auch sagen, Autos schieße zu, meine Firma arbeitet aber nur in Bayern, theoretisch. In NRW als Vergleich, als Pendant, da gibt es fünf Jahre Haltedauer. Zahlen sind gleich, also Boni, Geld, Nutzfahrzeug weiß ich nicht, ob die doppelte Menge zahlen kommen, gleich so hier, wo wir drin sitzen. In NRW, die Besonderheit noch, wenn so da klassische Leasing, 36 Monate, maximal 48, dann kriegst du sowieso nur mal bei 48, 80%. Du kriegst bei der Landesförderung NRW nur dann deine 100% Förderung, in Summe analog Berlin, wenn du dann auch fünf Jahre hältst. Bei Barzahlung Haltedauer mit Fahrtenbuch, fünf Jahre Nachweis. Bei Leasing, wenn du Leasing für 34 Monate abschließt, kriegst du 40%. Von vornherein, du kriegst gar keine 4.000 Euro, weil du hast ja Leasing nur für zwei Jahre. Dass man das nachher nach drei Jahren noch übernehmen will, noch drei Jahre fahren, das gibt es für die nicht. So weit sind die noch nicht in der NRW hin. Also das ist ja das Modell hier in Berlin eigentlich das humanere, weil man gleich von Anfang an das Geld kriegt. Und es sind ja auch viele Unternehmen, die jetzt nur ein Jahr lang das Auto fahren und dann holen sie sich ein neues, also gerade so Vertreter oder sowas, die halt viel mit den Autos unterwegs sind. Es sind viele, das sind einige, sagen wir mal so, der normale klassische Unternehmer, der fährt schon ein paar Jahre. Ja, wenn wir jetzt hier so einen Transporter nehmen, der wird ja länger gehalten, aber wenn wir jetzt eine normale Limousine nehmen, jetzt... Dann könnte es sein, dass die Gewerbung sagt, okay, ich wechsle zwei Jahre oder ich habe eine Flotte in der Firma, meine Mitarbeiter kriegen jedes Jahr ein neues Auto. Okay, also ein Jahr ist schon sehr human. Und dann ist es auf dem Gebrauchverarmatet Auto. Aber jetzt, um mal auf dieses Auto zu kommen, das ist ja der Transporter, der noch nicht so bekannt ist, außer wenn man jetzt DHL sieht, die haben davon 7.000 Stück im Einsatz. 7.000 in Deutschland. Dieses Auto gibt es in zwei Radständen, die haben wir ja, wie gesagt, den längeren Radstand, der hat auch gleichzeitig nutzt, zulässig gesagt, über 2,25 Tonnen, heißt etwas größerer Transporter, Kategorie für die Velmo, also die EBB. Berlin, die Frau Ramona Popp hat gesagt, der größere Transporter kriegt von uns 8 Mille, 8, plus die 4 Umweltbonus vom Hersteller Staat, zusammen 4, sind 12. Es kostet das Ding zufälligerweise exakt 4.000 Euro mehr wie der kurze Radstand. Kein Zufall, die wissen, dass auch mal gefordert wird. Also wenn ich den größeren brauchen kann, kann ich als Interessent für so ein Auto ruhig den größeren kaufen. Die 4 Mille kriegt er von mir oder über den ich mache das. Er hat keine Nachteile. Also kriegt man im Endeffekt sozusagen den Aufpreis, kriegt man den nochmal vom Senat dazu. Von der Ramona. Muss ich sagen, Ramona hat einen guten Job gemacht. Wenn sie auch nur da vorne ansteht. Jetzt ist er im Endeffekt, der Street Scooter wird ja gebaut als Chassis-Fahrzeug und man kann ja den aufbauten draufbauen. Also hier haben wir halt den Koffer. Dann gibt es ja noch die Pritsche. Wer halt so für Gärtner oder sowas? Für einen, der jetzt für die Kommune arbeitet, zum Beispiel Friedhofsgärtner oder was auch immer, der kann eine Pritsche nehmen oder mit Planes Spiel oder auch einen Drei-Seiten-Kipper. Das läuft im Nutzfahrzeugbereich ja immer so. Man kriegt ein Chassis und einer braucht den Koffer drauf. Dass die Street Scooter in Aachen den Koffer selber draufbauen, weil das ja ihre häufigste Anwendung ist, ist klar. Aber alles andere wird irgendwo angeliefert und die machen ja damit Gott weiß. Die bauen doch eine Kähmaschine oben drauf. Der Wagen ist ja im Ursprung auch für die Post, also für DHL konstruiert worden. DHL selber hat ihn ja quasi gebaut. In Aachen, der Start-up unter den beiden Führern, die hatten das ja noch nicht fertig entwickelt. Da kam die Post und hat gesagt, wir wollen ein Auto haben von den etablierten Herstellern. Die haben gesagt, können wir nicht liefern. Und in den Medien war es so, als das Auto wird gebaut oder ist vervorgestellt worden. Die Post hat dann gekauft. Nein, die Post hat schon drei Jahre vorher das Unternehmen gekauft. Aber egal, die haben also die letzten Millionen oder waren auch immer Hunderttausende reingesteckt in die Entwicklung. Damit das Auto auf die Straße kommt. Ja, und ich sage mal, in der Stadt, wenn ich jetzt Pakete ausliefere, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist nur 100% das richtige Auto. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache als Dienstleister, was weiß ich, was machen die in Berlin? Ja, ich bin jetzt Apotheken zuständig, das ist blöd, die brauchen keinen Transporter. Aber ich sage mal Klempner oder so, dass sie wirklich nur zu einer Baustelle hinfahren. Die keine riesigen Tonnen brauchen und keine riesigen Wege. Die fahren ja nicht mit dem Auto, um Geld zu verdienen. Die fahren ja zur Baustelle. Genau, sie fahren ja zur Baustelle, da steht das ganze Auto. Da hast du auch eine Steckdose. Das Ding hat ja noch 120 Kilometer Reichweite, so ungefähr realistisch. Ja, also hier steht Neffs Wert, je nachdem, es gibt ja zwei Akku-Varianten, 20 und 40 Kilowattstunden. Und je nachdem haben wir halt eine Reichweite von 100 bis 200 Kilometern nach Neffs. Ja, ja, das wissen wir, da können wir was abziehen. 80 bis 150 in der Realität. Aber wenn ich 80 Kilometer zu meiner Baustelle habe, dann arbeite ich schon gar nicht in Berlin. In Berlin sind eine Million Baustellen, ich brauche eigentlich gar keine 50 Kilometer. Lass es 50 Kilometer hin und zurück sein, also vom Betrieb bis zur Baustelle wieder zurück. Und dann steckt da eine Baustelle ein, da gibt es eine Million Steckdosen. Genau, man braucht hier wirklich, es gibt hier auch ein Ziegel zu, also so ein Ladeziegel, wo man dann halt mit 230 Volt auch einfach an der Schuko-Steckdose laden kann. Und die gibt es überall. Da kann man auch mal, selbst wenn man irgendwo privat hinfährt und ein Gartenbauunternehmen hat, da den Garten neu macht, kann man fragen, kann ich da mal eben dran schließen oder so. Es wird keiner Nein sagen, weil das sind ein paar Cent, die da reingehen. Ich bin ein Rasentrimmer anschließend, um mal zu arbeiten im Garten irgendwo, kann ich auch meinen Flugguter anschließen. Der Witz ist ja, ich habe den Leuten schon mal ab und zu als Kaffee-Idee. Wenn man jetzt zum Kaffee fährt mit seinem künftigen Elektroauto, sage ich, ja mein Kaffee, ich muss bei dir leider meine Freundschaft aufkündigen, ich muss mein Auto laden, ich muss jetzt gleich nur mein Handy laden oder WLAN, ich brauche jetzt eine Steckdose, außen ein Kaffee, dann bleibe ich hier. So könnte man das sehen. Dann ist natürlich Platz-Park-Problem. Aber jedes Auto kann an jeder Steckdose aufgeladen werden. Nicht im Aktien. Extreme, da wissen wir ja mittlerweile alle, der nicht schnell geht. Aber es ist besser wie nichts. Mein Akku lade ich auf, nach zwei Stunden kann ich weiterfahren, wieder 20 Kilometer oder 30. So, und der reine Kuriertransport ist das Auto Quatsch für. Der nachts Pakete von Berlin nach weiß ich wohin, mit seinem Diesel mit 180 Kilometer Auto, weil er nachher Massenunfälle veranstaltet. Der bruchte keinen Street-Scooter, keine Frage. Also ist es ja auch kein Auto zum Stellfahren, der fährt ja nur irgendwas 80 Stundenkilometer. Nee, 100, 110 Meter. Nee, 85 haben sie angegeben. Ja, 85? Das ist halt Schrankwand pur, also mit dem Koffer hinten drauf. Und je nachdem, welcher Koffer drauf ist, es gibt ja flachen Koffer und hohen Koffer. Da hat man dann natürlich noch mehr Luftwiderstand. Und es gibt ja neu, gibt es den Street-Scooter Work XL, kommt noch. Noch nicht, er kommt noch. Er wird aber schon angepriesen, sagen wir es mal so. Das ist der Hintergrund, warum wir hier bei Ford sind. Warum der Street-Scooter, der mit Ford ja nichts zu tun hat, hier vertrieben wird oder auch gewartet werden kann. Weil die haben natürlich überlegt, der nächste Generation machen wir das Chassis nicht selber, sondern neben dem Transit. Und da baut dann Street-Scooter in Aachen die elektrische Geschichte rein, den Antrieb, der ganze Kram. Und das ist so in Vorserie, in Produktion, die fahren schon damit rum, aber warum sie es noch nicht... Also vom Aufbau her ist es der ganz normale, wie man ihn kennt, den Post, also Paketwagen, der hinten Koffer drauf hat, mit der seitlichen Schiebetür, wo man ein- und aussteigen kann. Wie viele Varianten es da geben wird, weiß ich nicht. Aber es ist halt der ganz normale Klassiker, den wir schon kennen, ob das nur Iveco, Mercedes oder VW ist, den man sonst drunter sieht. Und die haben jetzt... Das ist original das Gleiche, nur das ist ein elektrisches. Und angegeben wird ja 76 Kilowattstunden großer Akku, Lithium-Ionen und eine Reichweite von bis zu 200 Kilometer. Und da muss man wissen, in der Stadt verbraucht ein Elektroauto weniger wie ein Verbrennerauto, weil ein Elektroauto rekuperiert ja beim Bremsen. Das heißt, wenn du immer wieder, gerade jetzt im Zustelldienst fährst du von Haustür zu Haustür, du bremst, da rekuperierst du ja wieder. Das heißt, du verbrauchst nicht so viel, wie du eigentlich mit einem Verbrenner verbrauchst. Das muss man ja auch sehen, die werden jetzt, manche User werden sagen, ja, Zusteller sind aber Paketdienste, die entscheiden über ihren Kauf nicht. Dass nur die DHL im Moment diese Autos fährt, ist ja auch nicht so ganz zufällig, denn die haben damit angefangen. Es könnten natürlich auch mal ein paar andere sagen, okay, Hermes, vielleicht kaufen die auch mal diesen Transit, sage ich mal, oder sie kaufen einen chinesischen Transporter. Alle haben ja das Problem, in der Stadt werden sie nicht so gerne gesehen. Erstmal haben sie den Platz und zweitens stinken sie zu lieben. Da muss ich dazu sagen, also was mir in den letzten Tagen oder Wochen aufgefallen ist, vielleicht ist das auch nur bei mir in der Gegend, es gibt ja so ein gewisses großes Internetkaufhaus, was halt auch selber die Ware zustellt. Und die haben ja mit, genau vom Alphabet der erste Buchstabe, und die haben ja Subunternehmer, die halt die Ware ausfahren und die fahren sogar schon Elektrofahrzeuge teilweise, weil sie die anmieten. Und da gibt es ja einen großen Hersteller in Deutschland, der jetzt gerade einen Kastenwagen rausbringt. Können wir ja sagen, Daimler Benz, Mercedes, der Vito. Und die sind jetzt in der Abprobungsphase und laufen da als Mietwagen. Und die kann man da halt anmieten, um da halt mal zu testen. Und das Tolle ist halt, es ist Ruhe draußen. Man hat den ganzen Lärm, wie wir es jetzt auch haben. Hier fahren Autos vorbei, Vögel zwitschern, Leute fahren. Ich meine, der Lärm ist natürlich dem Paketfahrer eigentlich wahrscheinlich noch egal, weil er hat ja sowieso Höllenstress. Aber er darf damit mal ohne irgendwelche Einschränkungen, auch zukünftig hat er keine, überall hinfahren. Dieses Problem, oh, ich muss jetzt da hin, scheiße, die Straße ist, das hat er nicht. Ja, genau. Er wird angenommen, vielleicht kriegt er mal von der Stadt ein paar Aufträge, wenn er was transportieren darf oder wie auch immer, kann man sich ja vorstellen, einen Gärtner kriegt einen Auftrag, wenn er dann im Friedhof geräuschlos arbeiten kann, außer seinem Grabschaufel. Können also Argumente sein. Und wenn das Auto passt, dann habe ich diesen Stress mal nicht. Der Diesel ist ein sehr gutes Auto, keine Frage. Und ist effizient für die lange Strecke. Aber in der Stadt stinkt der mir zu viel. Es ist einfach schlechte Luft. Es gibt ja noch andere Städte wie Berlin. Also Berlin ist ja, sage ich mal, relativ dreckig und ziemlich große Straßen. Und es gibt ja auch kleinere Städte oder Ortschaften, wo wir halt sehr viel Fußgängerzonen haben oder verkehrsberuhigte Bereiche, wo viele Leute laufen, weniger Autos fahren, vielleicht noch ein paar Fahrräder dazwischen sind. Also holländischem Modell, sage ich mal, wo halt viel alternativ unterwegs ist. Das ist ein Traum. Aber es gibt ja schon einige Gemeinden, bei denen es so ist. Und da ist natürlich so ein Elektroauto ideal. Wir werden auch die Vorschriften, ich sage mal, ich würde es auch tun, wenn ich Senat oder sonst wer, in gewissen beruhigten Zonen, wo ich Ruhe haben will, da fährt nur noch Elektro- oder Null-Emissionsfahrzeug rein. Genau. Punkt, Schluss. Das brauche ich keinen, der kramt und stinkt. Und wenn ich mit meinem Velofahrrad das nicht schaffe, dann so ein Ding oder was in die Ecke gestellt. Ich habe kein Geräusch, kein Abschleise. Ich kann mich entspannt meiner normalen Leben widmen. Und das ist das Thema. Und diese ganze Rede auch von manchen YouTuber, die dann sagen, wir müssen in zwei Jahren kaufen, oder in fünf Jahren kaufen, keiner mehr verbrennen. Das ist doch Bullshit. Es gibt die Menge gar nichts. Genau. Das ist ja das Problem. Aber auch wenn es es gibt, wird es nicht so viel gekauft. War du gerade bei, es gibt nicht. Es wird nicht so viel gekauft, wie demnächst verfügbar. Wie sieht es denn mit dem Streetskuter aus? Lieferzeit, null Probleme. Zack, sofort. Also relativ. Du bestellst und hast irgendwie einen Monat, zwei Monate, wie auch immer, bis er gebaut ist. Genau. Bis 100 Stück kann man über mich ordern. Ich kenne auch den Chef von Streetskuter, der sagt, ab 100 rufen Sie mich an. Ja. Der Deutschlandschef. Also, Probleme haben wir nicht. Wir können liefern. Also, diesen wurde eben noch ganz kurz zum Abschluss. Wie heißt das Ding? XL oder wie heißt das? XL heißt der neue, genau. Der große. Der wird im Moment erstmal nur, ich sage mal, ich habe gehört, inklusive des nächsten Jahres intern produziert, bis die DHL davon genug hat. Und dann geht er auch in den externen Verkauf. Wobei man sagen muss, die Politik ist ja ein bisschen, also die Streetskuterpolitik nicht so ganz klar. Die wollen ja verkaufen. Die Post will ja ihren Laden verkaufen. Die sind ja kein Autoproduzent. Aber solange sie es jetzt nicht verkaufen, kümmern sich darum, dass es weiterläuft. Egal, wer nun mal der Inhaber sein wird. Die Post ist der Hauptabnehmer. Und danach geht es in den freien Markt. Und wenn es mal 100 Transporter gibt von allen Herstellern, elektrische, wird der vielleicht auch mit den Preisen sich ändern. Aber im Moment, der Daimler ist ein Beispiel, kostet 20 Millimeter wie der Verbrenner. Ja, wir hatten ja auch Ladepack Kreuz Hilden, Bäckerei Schüren, ist ja ein Wort. Ja, der ist doch ein guter Pionier. Er hat ja vorher irgendwie ein Iveco ausprobiert, Mercedes hat er ausprobiert und ich weiß gar nicht, was noch alles war. Der hat auch ENV 200 Kastenwagen drin. Er geht ja noch. Und letztendlich hat er gesagt, also die haben jetzt vor zwei Jahren was, glaube ich, haben sie eine Ausschreibung rausgegeben, wer baut das Bäckereifahrzeug, das Bäckereilieferfahrzeug. Und der Street Scooter war kostenleistungsmäßig, war er top und sie konnten liefern. Und der Mercedes oder so was hat irgendwie 20.000 mehr gekostet, weil das ja noch, das war ja noch handgefertigte Umbauten. Die werden auch jetzt, es geht ja auch darum, deswegen ist es ja auch, wo wir hier mal eben noch ganz kurz auf die Politik kommen von diesem ganzen Vertrieb. Wir sind ja hier bei Dinneby in dem Nutzfahrzeugzentrum. Da wird ja kein Auto verkauft eigentlich. Man muss das ja nicht verstehen als Kunde, ja ich hoffe mal meinen Transit. Ja, das gibt es auch. Das sind ja alles Massenprodukte. Da kauft einer der Expedition 100 Transits. Da geht es nachher um 100 Euro am Fahrzeug. Weil der zig Millionen Boni gibt, das Rabatte, Massenprodukte, wenn dann so ein Elektroauto kommt und du kriegst dann nur ein Fünftel deiner Marge, dann ist er für den Verkäufer sofort uninteressant. Der hat gar keinen, der kann gar nicht rechnen. Boni X, Y, Z, Mengen, Masse, Gesundheitsbonus meinetwegen, hat er alles nicht. Er hat einen Preis, er hat vielleicht 5% und 8% ist extrem wenig und soll sich engagieren. Der sagt, es leckt mich mit seinem elektrischen Auto. Habe ich keinen Bock für, er hat keine Zeit für. Der will hier 100 Transit haben, er will damit zwei Streetcootern, der kostet nicht mehr, aber die 200 Transit, der lässt jetzt liegen. Und das muss sich ändern, dass man sagt, okay, der kommt im Grunde und ich muss nach Berlin raus. Das lief, das ist ja momentan. Man muss mal einen Streetcooter gucken, da ist der Transit nicht der Degen für. Es ist momentan ein kleines Nebengeschäft und wir hoffen ja alle, dass es ein großes wird. Deswegen muss man verstehen, was viel Arbeit macht, macht er erst mal nicht. Er macht das, was er kennt und das macht ihm garantierte Monatsstückzahlen. Und das Ding hier macht ihm Stückzahlen, aber wenige und viele Reden. In der Zeit hat er da 10 Transit verkauft, aber das werden wir hier auch ein bisschen forcieren. Das ist noch die Zukunft, das soll jetzt mal so unser Schlusswort sein, dass wir halt hoffen, dass es in Zukunft besser wird, dass es mehr Fahrzeuge davon gibt. Man sieht ja auch immer mehr, aber es ist immer noch zu wenig. kann man auch über den gesamten Fahrzeugverfügbarkeiten in Deutschland, was es an Modellen gibt. Ich bin ja nicht von Dinebi oder was abhängig. Bei mir kann man fragen, was gibt es denn sonst? Genau, du bist ja markenoffen sozusagen und kümmerst dich um alle. Was habe ich für ein Fahrprofil? Was brauche ich dafür für ein Auto? So muss man beim Pkw anfangen und so auch beim Transporter. Beim Transporter kommt dann noch die Ladekapazität dazu und dann nutzt es. was muss ich am Tage, ich muss dann transportieren. Und was muss ich transportieren? Reicht ein Koffer oder muss ich tiefer einladen? Wie auch immer. Und wie gesagt, Aufbauten, Varianten, die Aufbaufirmen machen hier alles drauf wie auf dem Transit Chassis. Genau. Gibt es ja die entsprechenden Firmen. Genau. Super. Das war es gewesen. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Bis dann. Tschüssi. Jetzt nur noch den blöden Spruch. Wofadag meinte, Mutter macht die Tür zu, ich kann ja nicht bei Graber toe zu sehen. Hahahaha. Hahaha